Siegner war möglicherweise nur der Anfang, die gesamte Immobilienbranche ist massiv unter Druck geraten. Im Studio der Presse ist dazu Madeleine Stottmeier. Hallo. Madeleine, aus dem Verband der institutionellen Immobilieninvestoren heißt es, Siegner strahlt auf ganz Mitteleuropa ab. Ist Siegner also nur der erste Dominostein gewesen? Das ist die große Befürchtung der Immobilienexperten und der Branche. Schlechte Nachrichten sind nie gut. Schließlich geht es hier um sehr viel Vertrauen in der Branche, das man braucht für Finanzierungen. Sind weitere Fälle wie Siegner bekannt oder ähnlich gelagerte Fälle? Ja, vor allem in Deutschland sind schon kleinere bis mittlere Entwickler in die Schieflage geraten. Viele haben schon Insolvenz anmelden müssen. Das heißt, hier gibt es eine ganz klare Marktkonsolidierung. Schauen wir uns an, worum es ganz konkret geht, nämlich um die Inflation und eine der Folgen von Inflation sind auch die hohen Zinsen. Jetzt hat man aber beobachten müssen, dass die Zinsen in den vergangenen Monaten kontinuierlich gestiegen sind. Sieht man jetzt noch, was ohnehin zu erwarten war? Ein bisschen schon. Also wir blicken auf Jahrzehnte eines Immobilienbooms, der durch das günstige Geld befeuert wurde. Geldleinen hat nichts gekostet und das hat sich komplett gedreht. Also Geld war lange nicht mehr so teuer. Und gerade die Immobilienbranche arbeitet eben mit viel Fremdkapital. Das heißt, sobald sie neues Geld braucht, wird es extrem teuer für sie. Ein weiterer Faktor, warum die Branche so unter Druck ist, ist die Tatsache, dass die Preise für Immobilien rückläufig sind. Wir haben dazu Zahlen vorbereitet, nämlich von der österreichischen Nationalbank, den sogenannten Wohnimmobilienpreisindex. Und da sieht man, der Höhepunkt, der ist überschritten worden im Herbst 2022. Da lag dieser Index bei knapp 280 Punkten. Im Moment halten wir bei 270 Punkten. Das heißt, das Geschäft mit Immobilien wird weniger attraktiv. Das könnte man so sagen. Es kommt allerdings darauf an, von welchem Sektor wir reden. Also wir reden jetzt hier von Wohnimmobilienpreisen. Die sind zwar stark zurückgegangen, so stark wie jetzt lange nicht mehr. Aber immerhin ist das der Sektor, wo die Experten noch große Renditen erwarten. Also gerade im Mietbereich sollte es eigentlich bergauf gehen. Schwieriger wird es für Immobilien, die für den Einzelhandel oder eben dem Bürokomplex gedacht sind. Da erwartet man mehr Abwertung. Also man kann hier nicht von einem generellen Branchenproblem sprechen. Genau. Man muss sich ganz genau anschauen, welche Sektoren. Aber auch, was auch interessant ist, jedes Unternehmen einzeln muss angeschaut werden. Vor allem Clemens Hallmann, der Chef der Hallmann Corporations, hat zur Presse gesagt, dass man nicht alle über einen Kamm scheren kann, gerade mit Blick auf Siegner. Sondern man muss wirklich ganz genau anschauen, wie haben sich die Unternehmen finanziert und vor allem wie risikoreich ist ihr Geschäftsmodell. Und da möchte er schon eine große Unterscheidung sehen. Also wir werden sehen, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Vielen Dank für den Moment. Wir schauen uns jetzt an, was sich heute noch so getan hat. Die Streiks in der Metallindustrie gehen weiter. Arbeitgeber und Gewerkschaft haben sich auch in der siebenten Verhandlungsrunde nicht auf einen Lohnabschluss einigen können. Wir fordern nach wie vor, dass der Kuchen größer wird, dass die Arbeitgeber mehr auf den Tisch legen für die Nachhaltigkeit, weil es haben sich die Beschäftigten auch verdient. Mit dieser kompromisslosen Haltung manövriert sich die Gewerkschaft einfach in der Sackgasse, aus der sie in unserer Meinung schon bald nicht mehr rauskommen kann und wird. Die Gewerkschaft hat ihre Forderung am Montag auf 10,6 Prozent reduziert. Die Arbeitgeber bieten ein Gehaltsplus von 6 Prozent sowie Einmalzahlungen. In Deutschland hat Finanzminister Christian Lindner mit sofortiger Wirkung eine Ausgabensperre für alle 16 Ministerien verhängt. Die Sperre betrifft neue, vor allem mehrjährige Projekte. Hintergrund ist ein Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds. Kredite in Höhe von 60 Milliarden Euro, die für die Bewältigung der Corona-Krise genehmigt worden waren, dürfen demnach nicht für andere Zwecke verwendet werden. 700 der 770 Mitarbeiter von OpenAI fordern die Rückkehr von Firmenmitbegründer Sam Altman. Der JetGPT-Erfinder ist vergangene Woche aus dem Unternehmen geworfen worden und steht kurz vor einem Wechsel zu Microsoft. In einem Brief an den Vorstand von OpenAI stellen sich die Mitarbeiter jetzt hinter ihren ehemaligen Chef und wollen, sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden, ebenfalls zum Microsoft wechseln. Schauen wir noch kurz auf den morgigen Mittwoch. Die Statistik Austria präsentiert ihre Bevölkerungsprognose bis 2080. Da geht es unter anderem um die Frage, wie sich die internationalen Krisen und die damit verbundenen Fluchtbewegungen auswirken. Aber es geht auch darum, wie sich das Ausschaden der Baby-Boomer-Generation aus dem Arbeitsmarkt auswirkt. Lässt sich hier schon etwas sagen? Das wird sehr spannend werden, vor allem weil man mit mehr Bevölkerungszuwachs rechnet und das wird sich natürlich auch wiederum auf den Mietmarkt auswirken und vor allem, weil es hier zuletzt zu einem Neubaustopp gekommen ist. Das heißt, es wird sehr spannend. Auf der anderen Seite wird man auch sehen, oder geht es vor allem um das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und dem Bevölkerungszuwachs. Das heißt, der wird nicht so gut ausfallen wie zuletzt. Wir werden darüber berichten. Vielen Dank, Madlen. Vielen Dank fürs Zusehen.